Inwieweit denken Sie, dass dieses Problem kulturell gebremst ist? Ist das nur ein Test, oder? Etwas stimmt hier nicht. Ich spüre, dass hier etwas nicht stimmt. Ich spüre, dass hier Gefahren lauern. Zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Gesellschaft, zwischen Mensch und Kultur, zwischen Kultur und Natur. Dieser Gedanke, der Gedanke... ...mathematisierbares Wissen. Erfasst diese Stadt, diese Stadt, diese Stadt. Im schlimmsten Fall sterben zwei Millionen Menschen. Dafür übernehme ich die Fahrtorte, weil ich das schon sagen kann. Was hilft uns das?